Willkommen zurück zur besten Quelle für New World Content. Mit dem Ende der Beta und noch etwas mehr als einen Monat bis zum Release, wirft sich die Frage auf, was nach dem Release kommt. Vor zwei Wochen habe ich euch schon von der neuen Region Brimstone Sands erzählt. Heute werde ich über eine neue Waffe reden. Wer so nicht gespoilert werden will, sollte das Video beenden. Ihr könnt doch bestimmt diese Magier mit ihren nervigen lila Void Attacken. Bald könnt ihr zurückschlagen, denn die neue Waffe ist der Void Gauntlet, eine gute Zweitwaffe für den Healer und jeden PVPler. Der Void Gauntlet wurde beim Rocket Beans Journey to Aeternum Video schon geleakt, genauso wie die Dagger, über die ich noch ein Video machen werde. So sieht er derzeit aus. Wie jede Waffe können wir auch den Void Gauntlet craften, aus Eisen, Stahl, Starmetal und Orichalcum. Die Beschreibung lautet Stulpen, die Mana verbrauchen, um Feinde zu schwächen und Verbündete zu stärken. Der Void Gauntlet ist auf Nahkampfboni und Schaden über Zeit oder Schwächungen mit mittlerer Reichweite spezialisiert und in einer Gruppe besonders gefährlich. Es gibt drei Achievements fürs Meistern der Waffe und zwei Spielertitel, um jeden zu zeigen, dass du ein Meister des Unheils bist. Und damit kommen wir auch schon zu den Abilities des Void Gauntlets. Eins aber noch vorweg. Der Void Gauntlet ist Work in Progress und nicht fertig. Von daher können sich ein paar Sachen noch ändern, wie zum Beispiel der Prozentsatz des verursachten Waffenschadens bei den Fähigkeiten. Ihr werdet auch merken, dass es auch Platzhalter verwenden musste, da es manche Dateien mit Daten einfach nicht gab. Die erste Fähigkeit lautet Unheilsklinge und beschwört eine Klinge aus Unheilsenergie, die deine einfachen Angriffe in Nahkampfangriffe umwandelt. Tippe auf einfachen Angriff, um einen schnellen Heap auszuführen, der 100% Waffenschaden verursacht oder haltet die Taste gedrückt, um einen Stichangriff auszuführen, der 150% Waffenschaden verursacht. Beide Angriffe verursachen bei erfolgreichen Treffern Zerfall, was 50% Waffenschaden pro Sekunde anrichtet, Schadensabsorption 8 Sekunden lang um 50% verringert. Diese hält 15 Sekunden an. Die Fähigkeit kostet 20 Mana und hat einen 25-sekündigen Cooldown. Unheilsklinge kann mit der verstärkten Klinge verbessert werden, womit du beim Start Verstärkung erhältst, was deine Schadensabsorption für 5 Sekunden lang um 20% erhöht. Das nächste Upgrade ist Durchdringende Klinge, was dir plus x% kritischen Schaden auf Angriffe mit der Unheilsklinge gibt. Die letzte Aufwertung heißt Absaugung der Klinge und sorgt dafür, dass erfolgreiche schwere Angriffe dich für 15% Waffenschaden pro Zerfallstapel auf dem Ziel heilen. Also so ähnlich wie bei den Pleats vom Rapier, nur dass du dich damit heilen und den Gegner schwächen kannst, anstatt ihm pure Damage reinzudrücken. Die nächste Fähigkeit lautet Bestrafende Kammer. Mit dieser beschwerst du einen Kreis aus Unheilsenergie zu deinen Füßen, der bei Gegnern 30% Waffenschaden pro Sekunde verursacht und Verbündeten Ermächtigung verleiht, was deren Schaden um 20% erhöht. Der Radius des Kreises ist 4 Meter groß und erhält 8 Sekunden lang an. Die Ability hat 20 Sekunden Cooldown, bevor sie für 30 Mana wieder eingesetzt werden kann. Gut um dein Team in Dungeons zu buffen. Um dich zu buffen gibt es die effiziente Kammer. Mit dieser werden die Mana Kosten deiner Unheilsstolken innerhalb der Kammer um x% verhinkert. Belebende Kammer nennt sich das zweite und auch letzte Upgrade der bestrafenden Kammer. Du sowie jeder Verbündete innerhalb der Kammer bekommen plus 20% Ausdauer pro Sekunde. Ein eher unwichtiger Gruppenbuff meiner Meinung nach. Versteinernder Schrei lautet die dritte und damit auch letzte Fähigkeit des Linken Skilltrees. Ihr entfesselt einen von Leere durchdrungenen Schrei, der 100% Waffenschaden verursacht und Gegnern in 4 Metern vor euch für 2 Sekunden Verwurzelung zufügt. Diese Ability könnt ihr alle 15 Sekunden für 30 Mana einsetzen. Gut falls ihr ein bisschen Distanz zu einer Gruppe von Gegnern gewinnen wollt. Mit dem erweiterten Schrei erhöht sich die Dauer der Verwurzelung bei Zielen unter x% Gesundheit um x Sekunden. Als nächste Verbesserung kommt der verstärkende Schrei. Du hältst für jeden getroffenen Gegner Verstärkung, was deine Schadensabsorption pro Treffer für 5 Sekunden lang um 15% erhöht. Gut falls mal viele Gegner dich verdrechen wollen. Kommen wir zu den passiven Fähigkeiten im linken Skilltree. Die erste lautet Erschöpfte Stärke und du bekommst plus x% Schaden, wenn du weniger als x% Mana hast. Eine sehr gute passive um nochmal den Schaden zu erhöhen, bevor du zu einer anderen Waffe wechselst. Mit der passiven gesundes Glück hältst du plus x% kritische Trefferchance, wenn du mehr als x% Gesundheit besitzt. Das lässt sich gut mit der nächsten passiven Fähigkeit erholende Konzentration kombinieren. Denn du erlangst eine plus x% kritische Trefferchance, wenn all deine Fertigkeiten am Abklingen sind. Um das noch zu toppen bekommst du eine plus x% Verringerung aller Fertigkeitsabklingenzeiten bei einem kritischen Treffer mit der vierten passiven, die sich erfrischendes Glück nennt. Wenn dir die Gegner auf die Perle rücken, hilft tödliche Nähe. Denn du erlst Ermächtigung, wenn du Fertigkeiten innerhalb von x Metern im Umkreis eines Gegners wägst, was deinen Schaden 5 Sekunden lang um 20% erhöht. Die sechste passive Fähigkeit hört auf den Namen Belebende Ente. Die Ente stellt zusätzlich 30 Ausdauer pro Sekunde wieder her. Unnötig, wenn man mich fragt. Mit dem revitalisierenden Glück erhältst du x% des angerichteten Schadens bei einem kritischen Treffer als Gesundheit. Also noch eine passive, die auf Krit basiert. Die achte und damit letzte passive Fähigkeit heißt Erfrischende Stärke. Sie gibt die plus x% Verringerung aller Fertigkeitsabklingzeiten, wenn ein Gegner getroffen wird, der unter x oder mehr Schwächungsstapeln leidet. Verschiedene Schwächungen sind ebenfalls möglich. Die Ultimate des Linktrees lautet Unheilsaura. Bei einem erfolgreichen Treffer mit einer Fähigkeit erhältst du einen Stapel Unheilsessenz. Bei 6 Stapeln werden alle verbraucht und du bekommst eine Aura, die x Meter groß ist und Verbündete für 30% des Waffenschadens heilt, sowie Feine in der Aura 30% Waffenschaden pro Sekunde hinzufügt. Sie dauert x Sekunden an und hat eine 20-sekündige Abklingzeit. Bevor wir zu den Fähigkeiten des rechten Trees kommen, will ich ein Like und ein Abo von euch oder ich suche euch in New World und sauge euch das Leben mit dem Woid Gauntlet aus. Die erste Ability des rechten Skilltrees lautet Faulende Kugel und feuert eine unaufhaltsame Kugel ab, die durch Gegner hindurch geht und Zerfall verursacht. Sie verursacht 50% Waffenschaden pro Sekunde und verringert die Schadensabsorzion bei erfolgreichen Treffern 8 Sekunden lang um 50%. Bei maximaler Reichweite verwandelt sie sich in eine heilende Kugel, kehrt zurück und hat 5 Sekunden lang 30% Waffenschaden pro Sekunde bei Verbündeten. Die Fähigkeit kostet 30 Mana und hat einen Cooldown von 15 Sekunden. Eine sehr interessante Fähigkeit, da sie Schaden anrichtet und auch heilt. 2 für den Preis für einen. Mit dem Upgrade Absaugendes Sperre erhältst du plus x% Mana für jeden getroffenen Gegner. Also falls du mal Mana Probleme haben solltest. Um die Gegner noch mehr zu schwächen gibt es die Verlangsamendes Sperre. Sie verlangsamt Gegner, die bereits unter einer anderen Schwächung leiden, was deren Bewegungstempo 3 Sekunden lang um 30% verringert. Das dritte und letzte Upgrade heißt Explodierendes Sperre. Drücke die Fertigkeitstaste erneut um die Kugel mit einem Explosivradius von x Metern explodieren zu lassen. Je nach Phase der Kugel fügt die Explosion entweder Gegnern 100% Waffenschaden zu und verursacht einen Stapelzerfall oder sie heilt Verbündete für 100% Waffenschaden. Ich finde dieses Upgrade echt nice, da du einfach je nach Situation, wenn du die Kugel nicht mehr brauchst, direkt Schaden oder Heilung verursachen kannst. Für alle mit BDSM Fetisch ist die zweite Fähigkeit Erschöpfende Fesseln interessant. Feuere ein Projektil an, was dich an einen Gegner bindet, der dadurch geschwächt wird und die Ermächtigung für 5% pro Sekunde bis zu einem Maximum von 30% gibt. Die Bindung endet, wenn sich das Ziel mehr als 10 Meter von dir entfernt und hält 10 Sekunden lang an. Nach 25 Sekunden Cooldown kannst du die Fähigkeit für 25 Miner wieder einsetzen. Mit den erfrischenden Fesseln kommt Pepp in die Sache. Sie verringern die Abklingzeiten anderer Void Gauntlet Fertigkeiten um x Prozent bei erfolgreichen Treffern gegen das gefesselte Ziel. Damit du auch nicht einpennst, gibt es die belebenden Fesseln danach. Du erhältst plus 50% Miner Regeneration, während die Fesseln aktiv sind. Und wenn der Spaß zu Ende ist, gibt es die raffenden Fesseln. Erhält 100% Waffenschaden als Gesundheit, wenn das gefesselte Ziel stirbt. Soweit kommt's im Real Life zum Glück nicht. Die dritte und damit letzte Ability im rechten Skilltree heißt Zerreißende Essenz. Feuert ein Geschoss ab, das 10 Sekunden lang Zerreißende Essenz auslöst und jenen, der das Ziel trifft, für 40% des angerichteten Schadens heilt. Nach 15 Sekunden für 30 Miner wieder einsetzbar. Eine geile Passivheilung, definitiv nützlich in Dungeons und im PvP. Das erste Upgrade lautet Belebender Riss und gibt Spielern zusätzlich 20% Ausdauer, wenn sie das betroffene Ziel treffen. Und die zweite Aufwertung ist auch schon die letzte und schimpft sich revitalisierender Riss. Wenn Zerreißende Essenz endet, werden Verbündete innerhalb von x Metern um das betroffene Ziel herum für 100% deines Waffenschadens geheilt. Wieder eine geile Heilfähigkeit. Dann kommen wir mal zu den Passiven des rechten Trees. Es gibt 7 und die erste heißt Erfrischende Reichweite. Sie gibt dir plus x% Abklingzeit Verringerung bei erfolgreichen leichten Angriffen gegen Ziele, die mehr als x Meter entfernt sind. Je nachdem wie oft du den Void Gauntlet nutzt, entweder eine gute oder nützlose Passive. Um den Durst nach Mana zu stillen, gibt es die Passive besonders durstig. Du hältst plus x% Mana bei erfolgreichen Treffern mit Leichenangriffen gegen Ziele, wenn alle Fertigkeiten abklingen. Und falls du wirklich Mana Probleme haben solltest, empfiehlt sich die dritte passive Fähigkeit, genannt effizienter Verbrauch. Damit werden deine Mana Kosten um x% verringert, wenn du mehr als x% Mana besitzt. Mit der passiven Erfrischenden Ernte kannst du deine Abklingzeiten reduzieren, denn diese werden beim Einsatz von Ernte pro Sekunde um x% verringert. Damit du den Gegner auch den letzten Tropfen Plut absaugst, gibst die fünfte passive, bis auf den letzten Tropfen. Deine erfolgreiche schwere Angriffe gegen Gegner mit weniger als x% Gesundheit stellen zusätzlich x% des angerichteten Schadens als Gesundheit wieder her. Um deinen schweren Angriffen noch mehr Wumms zu geben, sorgt aufgefüllt dafür, dass erfolgreiche schwere Angriffe die Dauer deiner zugefügten Nicht-Kontrollschwächung um x% erhöhen. Mit der letzten passiven Fähigkeit, Ausweichende Auffrischung, wird beim Ausweichen mit vollem Mana die niedrigste aktive Abklingzeit zurückgesetzt. Sie hat eine 20-sekündige Abklingzeit. Also falls du mal dringend Skill paust, ist die passive schon nett. Ich persönlich finde sie aber nicht so nützlich im Vergleich zu den anderen passiven. Und zu guter Letzt die Ultimate des rechten Skilltrees. Sie lautet Unheilsumwandlung und du hältst einen Stapel Unheilsessenz für jeden erfolgreichen Treffer mit einer Fertigkeit. Bei x oder mehr Stapeln setzt dein nächster erfolgreicher schwerer Angriff sofort alle Unheilsstulpen Abklingzeiten zurück und entfernt alle Stapel. Holy, das ist krass. Aber damit sind wir auch schon durch. Was denkst du über die neue Waffe? Schreib's unten in die Kommentare und vergess nicht den Like-Button zu drücken, wenn du dort bist. Wenn du immer die neuesten News und Leaks, sowie den besten New World Content sehen willst, abonnier. Skosnos hilft mir enorm und der Algorithmus magt mich. Nur zur Info, derzeit befinde ich mich mitten im Umzugsstress, von daher weiß nicht, ob ich es schaffe, das nächste Video noch im August fertigzustellen. Ich werde aber mein Bestes geben. Am besten folgt ihr mir auf Twitter, da halte ich euch auf den Laufen.